Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück zur Mathematik und heute mit den Bildern. Was auch immer ein Bild ist, das erkläre ich euch sofort. Wir gucken uns aber erstmal kurz an, was wir gegeben haben. Und zwar habe ich euch hier diesmal ein Beispiel mitgebracht. Wir haben eine Funktion gegeben, die von der Menge A auf die Menge B abbildet. In unserem Fall ist in der Menge A nichts weiter drin als 1, 2, 3 und 4. Und in der Menge B sind die Zahlen 0, 2, 4, 6, 8 und 10 drin. So, und abgebildet wird jedes Element aus A auf 2A bzw. 2 mal A. Und das ist jetzt schon eine speziellere Abbildung, die auch das braucht, was wir letztes Video angeguckt haben und was wir da so besprochen haben. Also, jedes Element aus A, das wissen wir noch aus der Definition von der Abbildung, braucht ein Element aus B, auf dem sie abgebildet werden kann. Und zwar nach der Vorschrift A auf 2 mal A. Das heißt, das Element 1, wenn wir es verzweifachen oder verdoppeln, dann ist das 2. Ja, das ist in B gegeben. Wenn wir die 2 verdoppeln, kommt die 4 raus. Wenn wir die 3 verdoppeln, kommt die 6 raus. Und bei der 4 die 8, ja. Und das ist erstmal nur, damit diese Abbildung überhaupt erfüllt werden kann. Würde jetzt eins dieser vier Elemente, also 2, 4, 6 und 8 hier fehlen in der Menge B, dann wäre das keine gültige Abbildung. Dann würde das Ding so nicht funktionieren, weil jedes Element aus A braucht ein Element in B. Aber andersrum muss das nicht der Fall sein. Das hatte ich euch letztes Mal auch schon gesagt. Wir hatten besprochen, dass nicht jedes Element aus B einen Partner aus A braucht. B ist nämlich die Menge, wo wir einfach nur sozusagen schauen, ob was passt. Und dann halt gucken, ob das so in Ordnung ist, quasi, wenn wir das Element aus A auf B abbilden. Das heißt, es ist eigentlich solide definiert und wir haben hier keine Probleme mit. Wir brauchen aber auch nicht jedes Element aus B. Und da kommt jetzt das Bild ins Spiel. Wir definieren unser Bild, als wenn wir eine Abbildung gegeben haben. A, also F von A, von Menge A auf Menge B. Und A wird abgebildet auf F von A, wobei F hier beliebig ist. In unserem Fall ist es ein Verdoppeln, aber F darf alles Mögliche sein. Es muss nur eine gültige Abbildung sein. Das ist alles, was wir brauchen. Und die ist gegeben. Dann bezeichnet unser Bild von F, also I, M von F, definiert als eine Menge aus Elementen. Und die wird genannt, das Bild von F. So, und diese Menge sind alle B innerhalb der Zielmenge B, also diesem Ding hier, für die es ein A gibt, sodass F von A gleich B ist. Das heißt, im Umkehrschluss, wir nehmen alle Elemente aus B, die auch wirklich von A irgendwie erreicht werden können. In unserem speziellen Beispiel haben wir nur diese vier Elemente, 1, 2, 3 und 4, die abbilden können auf 2, 4, 6 und 8. Das bedeutet, dass die 2 im Bild von F dabei ist. Also I, M von F ist ja eine Menge. Da können ja mehrere Zahlen drin stecken. Jetzt erinnert euch bitte an die Mengenlehre-Sachen. Und wenn wir hier die 2 erreichen wollen, können wir das mit der F von 1. F von 1 ist 2 mal 1 ist 2. Klar. Und was das bedeutet, ist im Endeffekt, hier drin ist die 2, also in dem Image von F ist 2 enthalten. Genauso 4, 6 und 8. Was nicht enthalten ist, sind die 0 und die 10. Denn diese beiden Zahlen hier, ich habe sie mal ausgegraut ein bisschen, die haben ja keinen Partner in A. Wir haben ja nicht die Zahl 0 und die Zahl 5, die sind ja nicht in A drin. Und dementsprechend kann ich nicht 0 mal 2 machen, was 0 ergeben würde, oder 5 mal 2, was 10 ergeben würde. Die gibt es ja in A nicht. Das heißt, wir können diese Zahlen in B mit der Funktion F niemals erreichen. Die sind einfach nicht da. Die gibt es sozusagen nicht. Das heißt, diese beiden Zahlen hier sind auch nicht in unserem Bild von F dabei. Das heißt, das Bild von F in unserem Fall bezeichnet 2, 4, 6 und 8, beziehungsweise einfach alle Zahlen, die wir mit der Funktion erreichen können. Und das ist eigentlich auch schon soweit die Erklärung dafür. So, und jetzt eine kleine Vorschau zum nächsten Mal. Wir machen nächstes Mal das Urbild. Und ich habe mir sehr lange überlegt, ob ich das Urbild noch in dieses Video reinmachen soll. Und ich habe mich dagegen entschlossen. Weil Bild und Urbild, auch wenn der Name das suggeriert, echt verdammt wenig miteinander zu tun haben. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, die sogar komplett andere Ergebnisse liefern. Also, ja, sie haben ein bisschen was miteinander zu tun, aber wir teilen das hier auf in zwei Videos, weil ich nicht möchte, dass ihr die beiden verwechselt. Das hier war das Bild oder das IM von F. IM übrigens für Image. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.